Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Vlog, ich bin mal wieder im Tessin und ja, es ist ein bisschen kalt noch, im Versaskatal liegt leider noch Schnee, das heilt ins Versaskatal und Smatschatal wird wohl leider nichts, aber hier in den Seerein geht wahrscheinlich, also geht. Ganz sicher, ich gehe ganz sicher noch ins Seerein, es ist sicher genügend warm und ja, jetzt eher mal ein ruhiger Vlog, nicht so actionreich, weil ich ja an der Hand verletzt bin und ein bisschen schonen sollte ich schonen, plus zusätzlich habe ich mir noch dann den Fuss verstaucht, naja, durchgelaufen, aber egal, ich denke, ich zeige euch jetzt mal kurz noch ein bisschen die Stadt, Locarno und ja, Wir sehen uns gleich wieder. So, So, ich habe mich jetzt entschieden, ganz spontan, kurz nach Tenero zu fahren, mit dem Longboard und jetzt zurück, das sind etwa 20 Minuten oder so, mit dem Fahrrad und mit dem Longboard, vielleicht 25, keine Ahnung. So, wir haben jetzt, wir haben jetzt, wir haben jetzt, 20 vor 6, äh, 10 vor 6 und ich muss um 10 vor 7 wieder zurück sein, weil ich dann noch ins Restaurant gehe, genau. Und, die Strecke ist eigentlich ganz geil, weil der Belag ziemlich geil ist und ja, macht ziemlich Spaß. So, wir sehen uns ein bisschen weiter, oh scheiße. Hallo. Genau, wir sehen uns, fahren jetzt ein bisschen weiter hin. So, ich bin jetzt noch bald in Tenero und merkt euch eins, mit dem verstauchten Fuss Longboarden tut ultra weh. Notiz an mich selber, war eine Scheissidee. Aber, ja, muss ich dann noch zurück und, also respektive erstmal hin, dann eine Pause machen und dann zurück. Aber, ja, wenn ich das nicht schaffe, bin ich aufgeschmissen. Aber, ja, ähm, der Fuss ist jetzt auch schon doppelt so viel angesprochen, in normaler Weise. Ja, ähm, wir sehen uns ein bisschen weiter vorne. Der Spielplatz hier drüben, ist, glaube ich, einer der geilsten, den ich je gesehen habe. Der hat hier nämlich, überall so Gleise, wo manchmal auch Züge fahren, so ganz kleine, ist ultra geil. Weil, als ich Kind gewesen wäre, wäre ich jetzt zurück aufgegangen, also als ich noch kleiner war. Ja. So, ich fahre jetzt hier gerade auf den Camping zu, auf dem ich vorletztes Jahr war, auf dem ich letztes Jahr war und es auch den Rocket gegeben hat. Der ist weiter da drüben. Das wäre so ein Umweg, deswegen gehe ich da jetzt mal nicht hin. Und hier gehe ich, glaube ich, auch nicht weiter, weil sie mich schon blöd anschauen. Naja, und dann halt mich. So, jetzt gehen wir langsam wieder Richtung Locarno ins Hotel. Also, damit ich um sieben dann essen kann. Mein Fuß tut eh so weh. Also, ich habe keinen Bock jetzt mehr, da weiter zu gehen. Da muss ich nachher noch hochfahren, auf eine Brücke und dann runter. Und ja, es tut kompliziert und da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, wir sehen uns, wenn ich ein bisschen weiter vorne drin bin. Ja, genau. Ähm, bis dann. . Ja, genau. Ja, genau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020